Okay, holy shit, jetzt bin ich wieder dran, jetzt müssen wir das mal überrichten Also jetzt, jetzt geht's Okay, und weiter geht's mit Soma Ich muss noch mal aufstehen Oh shit, der kommt von unten Der Harry spielt jetzt übrigens Schmeiß ich mal einen Knister auf, das ist immer Ja, aber wir haben ja schon Ja, klar, komm da jetzt her Wir haben ja schon das Versteck da gefunden Ich hoffe, dass das sicher genug ist Cool, und der geht nicht gar an seiner Was Was es nicht leichter macht Na super Aber der hört sich echt krasslich an Vorher, gell Dann rennt er ja wieder Wo geht denn der hier der Typ Na, du bist ja bewaffnet Weil das nicht kehrt Naja, glaub nicht Ist die Frage, ob er die Herren kennen Oder nur Seng Wissen wir, wo sind wir hingegangen eigentlich Ja, aber keine Ahnung Vor allem die Frage ist, wo muss ich hin Geht's noch oben schon, probier mal Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht Na, keine Ahnung Wir gehen mal zum Coal Du kannst Oh shit, nehm, du bist ja Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Verstehen! Wie war das Feuer? Jetzt gleich so ein Schnitzer! Ja, fuck, wo muss ich denn da hin? Ich hab keine Ahnung, Harry. Vielleicht noch mal was... Oh, shit! Vielleicht kann man in den Computer noch mal was machen. Ah, fuck, Alter! Ich weiß denn, der rennt jetzt mal um, der Sack! Oh, shit! Hm, um geht's nicht weiter, links geht's auch nicht. Ja, links geht schon, da geht's halt in diese Sackgasse. Was ist denn das eigentlich? Da kann man sich nicht verstecken, oder? Spend, nein! Oh! Ja! Cool, dass ich da vorher nicht aufgemacht hab. Ja, super, muss ich das jetzt eingehen während... Der da mal da rennt, oder was? 0735 oder was weiß. Merkst du, dass du das? Mhm. Da ist doch auch einer dahinter. Das ist wahrscheinlich Abkürzung in dem gleichen Raum. Das ist doch der gleiche Robot, oder? Ja! Ja, das war's mit dem Let's Play zu Soma! Ja, das war's mit dem Let's Play zu Soma! Ich glaub, das ist der gleiche. 0735. Ja, du musst auch so wieder zum Computer. Und Sekt ja nur so weit, wie das Licht ist. Ich schau grad. Geh, vier. Oh, fahr Sekt weiter. Und vor allem, da kann man sich jetzt Null verpissen. Sicher! Zudem ist er das versteht gut! Fuck! I'm so scared! I'm so scared! Der macht so grauslige Geräusche. Shit! Ich glaub, das sind zwei. Äh... Naja, das glaub ich wieder oben. Ich glaub das sind zwei. Boah! Die Besonde ist einer. Die Besonde ist einer... ...inspekt. Naja, klar sei, dass zwei sind noch besser. Ähm... Äh... ... Alter, wo ist der? Ist der da unten? Schau nach! Schau nach! aber denk dran, nicht an den Kopf stoßen ich fürchte mich so ich glaub jetzt kannst du dich wieder vorarbeiten zum Versteck boah diese Bitch ja da raus ist ja nix mehr oder? nein, nein, zum Versteck 0735 ok, haben wir schon du musst zum Computer oh shit oh sehr gut boah der Hund ist nervig boah aber wir wissen immer noch nicht, ob wir überhaupt sterben würden wenn uns... ich geh mal stark davon aus vielleicht drückt er dich noch vielleicht ist er auch nett das geht sich nicht aus 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 ich glaub ich springe erst mal Verstecker oder? ich glaub ich darf mal Verstecker oh fuck rechts 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 mach zu, mach zu, mach zu wie denn? versteck dich! oh fuck weg ah oh ha Oh mein Gott, wenn der da jetzt reinkommt. Ja, das ist überhaupt nicht laut. Pssst. Okay, Computer nur bedienen. Der Typ gerade nicht da ist. Wo ist er denn? 0735. Pssst. Okay, lock den. Power output. Äh. Äh. F*** you! Okay, geht nix. Und die anderen Nummer haben wir wieder vergessen, oder? Da sind wir hingelockt. Ah ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da ist ja das Flaschall noch drin. Was können wir mit dem Macher? Äh, oder diese... Was haben wir implantiert? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kann man das in Karl vielleicht geben? Oh Gott, ist der da rechts drin? Das hört mich nicht. Ah, so ist er. Ja, der wird auch nie nervig. Ach, wirklich? Ja, jetzt geht's. Warum auch immer. Aber, was ist mit dem Implantat? Das machen wir fertig. Naja, wahrscheinlich gar nix. Gar nix, das kann halt wichtig sein. Ist der jetzt weg? Nein. Vergiss es. Da vorne ist er. Nein, shit, jetzt alles wieder versäumt. Der Gang da ganz füri. Da kann ich da rauf gehen. Jetzt, wo er da ist, kann ich nicht rauf gehen. Ja, aber wenn er dann in den anderen Gang geht, ich glaub, das schaffst du auch. Glaubst? Ja. Hebel und sofort aufführen. Nein, der fuck. Bist du mich gestresst, Harry? Kommt der jetzt um, oder was? Nein. Der hat jetzt andere Wege anscheinend. Nein, das ist schon... Jetzt starte ich's nicht. Du klingst ein bisschen unentspannt. Du Penner. Nein, ich bin total entspannt und so. Jetzt oder was? Nein, das ist eher der vierte. Er geht eher der vierte. Ach so, ja, nein, aber ich glaub, jetzt hätt's die Zeit. Wobei, vielleicht hast du... ...Tockern oder der zweite, genau. Go, go, go. Jetzt, Hebel. Ja, klar. Offen. Und da gleich wieder zur. Zur, links, nein, links, da. Der. Entschuldige, ich hab jetzt... Ich hab jetzt selber so aufgelegt. Ja, und gleich nochmal. Was, gleich wieder auf? Ja. Oh shit. Das geht ja wirklich. Natürlich. Ich sterbe. Noch zu. Und der einzwickt. Nein, genau. Okay, holy shit. Sehr gut. So ein Fals. Ja, klar. Boah, interessiert mir das. Hm. Josie, wie hat die Vekam-Holok? Wir haben alles, was wir brauchen, um zu移ern. Aber wir können die Plante ohne Supervision. Adam hat entschieden, zu lassen, Amy, Asaro und Kalsanka, um den automatisierungsprozess zu erzeugen. Und ich denke, sie sind froh, dass sie über das. Ich wollte nur sagen, Leute, was will ich Ihnen für einen E-Bagam, am I right? Das wird. Ich wollte dich anrufen, um Amy and Kalk. Sie werden den folgen, als ich in der Zeit verheiratere. Sag Hallo. Hey, Dana. Hallo. Hey, guys. Peace. Hey, hallo? Peter? Absalon, was ist denn? Wir können wirklich einen direkten Kontakt mit Heather, äh ich meine, Siteservice-Engineer Wolchek Direktlinks sind fast unmöglich zu bestätigen Die Lumar-Reläse sind in diesem Moment Ich glaube das ist nichts Interessantes, oder? So wirklich? Das ist die letzte Message Hallo? Peter, war es? Ich bin hier, was ist denn? Wir sind raus Ich will euch nur sagen, dass ich jetzt die Com-Center steile. Das ist definitiv das letzte, was ihr von uns hören könnt. Wenn wir nicht in den nächsten paar Stunden stehen, dann senden wir die Kälte. Hör auf, was ist passiert? Es ist noch der selben Plan, oder? Ja. Was ist denn mit uns gespeichert? War das diese Amy? Boah, gute Frage. Hat es gesagt überhaupt, wie es heißt? Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber da herum, wenn in Sicherheit, das ist gut. Achso, das ist Com-Center. Ich hab mir das irgendwie größer vorgestellt, ehrlich gesagt. Achso, nein. Das ist der Room mit dem Dome. Das ist der Dome. Der Dome. 24. 25. Ah, natürlich. Manual input. Ist ekeler, dass irgendwas Rumpen ist, Schüler. Gib einfach mal 2-2-0 answer. Ich bin seit Y. Unabled to call seit Y von seit Y. Da haben wir dann mein Täter. Scharfes Bild. Nein. Irgendwo da in dem Bereich. Ja. Jetzt. Hier ist etwas besser. Hier. Okay. Wir kommen da nicht. Achso, zurück. Lambda. Rufen wir halt einmal überall an. Hey, bist du da? Ich habe den Dome gefunden. Oh, das ist besser. Simon, ist es? Jarrett. Simon, Jarrett. Hi Simon, ich bin Catherine. Hast du herausgefunden, was noch passiert ist? Ich? Ich hoffe, dass du ein paar Antworten hast. Wahrscheinlich ein paar. Ja. Was willst du wissen? Woher beginnt? Was ist das Ort? Wie kam ich hier? Und warum die Roboter sprechen wie sie sind? Du bist auf Absalon, klar. Hast du nie da noch nie da? Woher arbeiten? Der Grimoire in Toronto. Ist das wirklich wichtig? Nein. Ich weiß, wo du arbeiten musst? Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Das ist nicht erwartete. Du kam direkt aus Toronto? Ja, ich war. Und es war sehr erwartete. Hast du gesehen, wie viele Leute? Wie viele Arbeiter oder die Techniker? Nur Roboter. Die verrückte Leute. Das ist auch so wunderschön. Das ist auch so wunderschön. Du sagst mir. Was war das? Woher? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, dieses Ort wird zu verlassen. Was mache ich? Simon, komm zur Lambda. Wie komme ich da? Es gibt mehrere Tränen, die alle Flächen verbinden. Find einen und komm hier! Ich warte für dich! Scheiße! 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 Wo soll ich... Was soll ich... Ja. Jetzt haben wir uns wieder vergeiget, Max. Ich glaube, wir sind... Das war das Finale. Das war das Finale. Ja. Das Ende. Oh fuck, wir müssen jetzt schwimmen, oder? Ach so? Du kannst dich ja bewegen. Nicht wirklich. Was zur Hölle? Wie ist das möglich? Das ist... Das ist verrückt! Sehr geil. Ja, ich glaube, da ist er ein bisschen... Mensch, gell? Der weißere Roboter! Plot Twist! M. Night Shyamalaya! Zwickere mich, oder? Da oben geht's aussie. Wo? Hinter dir jetzt direkt. Ah ja. Schaut voll cool aus. Freu mich schon! Ziemlich geil, wow. Nice! Wow! Hübsch! Echt schön! Da bist du vorher durchgegangen, oder? Nein! Ähm... Lander! Find the shuttle to Lander! Wasser! Was ist das? Hm, das geht sogar! Es passiert nichts. Sehr gut. Dreimal muss man... Das ist wie beim Rasenmäher. Du musst auch... Hat er jetzt... Glaubt er jetzt, er hat einen... einen Dachhahnzug an, oder was? Er hat da auch einen Anzug, oder? Oder so ein Exo-Anzug. Oder so ein... Exo-Skinet. Es hat nicht ausgeschaut wie ein Roboter... Es hat auch nur Tents und so. Ja. Ja, so ein Nanosuit, oder? Wie man es bei... Genau, ja. Aber ich glaub, das denkt das jetzt einfach dazu, weil ich es nicht anders erklären kann. Kann man da eine irgendwo? Nein, gell? Schaut nicht so aus, ich glaub da... Ja, da in die Richtung. Zeppelin-Transport passt. Zeppelin... Fahrt heute nicht. Vielleicht auch nicht. Ich hab keine Ahnung mehr, wo wir herkommen sind. Aber da brauchen wir noch... Von da hinten. Okay. Ah. Nehmen wir mal, wo das Licht an geht. Da geht nix. Ja, aber warum geht dann das Licht an, ne? Ja. Ja, das ist für uns. Quasi, dass wir richtig sind. Okay, davon geht dann aber das Licht an. Siehst du ein Licht aufgehen? Äh, was? Nein? Bleib im Regen stehen. Weißt du, wenn das Licht angeht, stehst du richtig, oder? Du bist das gar nicht... Okay. Ja, ich glaub, das reicht. Bitte hier nicht aufwägen. Ich glaub, du gehst jetzt ins Bett. Ich glaub, du gehst ins Bett. Und tschüss. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht.